Fotografieren für Anfänger ist der neue Videokurs rund um das Thema Fotografie. Lerne deine Kamera richtig kennen, lerne sie komplett manuell zu bedienen und werde dadurch kreativer mit der Fotografie. In über 6 Stunden Videolaufzeit erkläre ich dir alles einfach und effektiv, was du für die Fotografie wissen musst. Und es gibt noch mehr, denn neben dem Videokurs erhältst du gratis dazu PDF-Dateien mit Spickzetteln, die du auf dein Smartphone laden oder ausgedruckt in deinen Fotorucksack legen kannst. Und so kannst du auch beim Fotografieren schnell nochmal nachschauen, wenn du etwas vergessen hast. Und du bekommst Support von uns. Wenn Fragen offen bleiben, schreibe uns einfach eine E-Mail und wir sind für dich da. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Videokurs Fotografieren für Anfänger. Sei dabei, es lohnt sich auf jeden Fall.